Wir beschäftigen uns heute mit alten Getreidesorten und Beeren, die kann man natürlich auch würzig kombinieren. Fürs Dessert sind wir heute bei der Christina und lernen die erfolgreiche Bloggerin heute ein bisschen besser kennen. Grüß euch bei Natürlich Gekocht. Der Herbst erhält Einzug bei uns und auch bei unseren Rezepten werden wir ein bisschen bunter heute. Und außerdem werden wir noch die Christina Bauer besuchen, die mit ihrem Blog Backen mit Christina ja schon richtig durchgestattet ist. Aber als allererstes brauche ich einmal die Aufgaben von der Bettina und das werde ich mir jetzt einmal anschauen. Heute widmen wir uns den Beeren und dem Getreide. Und du Markus schaust, dass du einen Hafer und einen Dinkel beim Getreidebauern besorgst. Am besten eine alte Sorte. Und es ist ja noch gerade Beerenzeit. Darum hast du die Stachelbeeren und die Heidelbeeren schon bei dir am Tisch stehen. Eine dritte Sorte, die darfst du noch aussuchen. Schau, dass du in all deinen Gerichten immer eine Beere enthalten hast. Boah ja, Beeren in allen Gerichten, das ist eine spannende Aufgabe. Aber wir werden das natürlich mit ein bisschen Käse kombinieren, weil das ist ja mal ein guter Ausgleich. Und starten jetzt gleich mit unserem herbstlichen Salat. Für unseren Herbstsalat brauchen wir jetzt ein bisschen Schafskäse. Den werden wir uns mit ein bisschen braunem Zucker oder Rohrzucker karamellisieren, bis der eine richtig schöne Kruste kriegt. Und dann habe ich einen Energiesport-Tipp für euch. Verwendet immer die kleinstmögliche Pfanne. Und beim Neukauf ist ganz wichtig, achtet auf die Energieeffizienzstufe. Und Induktion ist natürlich immer das Energiesparendste. Den knusprigen Schafskäse gehen wir dann raus aus der Pfanne. Und in der gleichen Pfanne mit diesen wunderbaren Röstaromen von dem Schafskäse werden wir dann gleich unsere Heidelbeeren und die Erbsen anschwitzen. Die Heidelbeere gehört zu den Heidekrautgewächsen. Und sie liebt schattige Wälder, Nadelwälder oder einen Torfboden. Am besten ist es, wenn es ein kalkfreier Boden ist. In der Heidelbeere ist Kalzium, Eisen, Karotin, Vitamin B1, B2, Vitamin C, Apfelsäure und Zitronensäure enthalten. Aber auch nur Flavonoide und Glykoside. Ebenso ist ein essentielles Spurenelement des Mangan enthalten. Und das sichert uns die Energiebereitstellung in der Zelle. Ebenso hilft es uns, das Bindegewebe aufzubauen. Also stärkt uns Knorpeln, Knochen und das Bindegewebe. Das enthaltene Chrom reguliert uns den Blutzuckerspiegel. Das enthaltene Pektin ist ein Ballaststoff und ist ein preisgünstiger Entgifter. Und es fördert unsere Verdauung und wirkt sie positiv auf unsere Darmflora aus. Die frische Heidelbeere, die hat eine leicht abführende Wirkung. Hingegen die getrockneten Heidelbeeren helfen sogar gegen Durchfall. Frische Heidelbeeren gekaut helfen uns gegen Entzündungen im Mundbereich, weil sie antiseptisch wirken. Die dunkle Farbe der Heidelbeeren helfen uns auch die Sehkraft zu stärken. Ebenso kann man die Blätter der Heidelbeere verwenden. Die wirken gegen Blasenentzündung. Man kann die getrockneten oder frischen Blätter dafür verwenden. Geniale Kombi, Beeren und Erbsen. Die sind jetzt fertig und mit denen können wir jetzt gemeinsam in unserem Schafskäse schon anrichten. Ein bisschen marinierten Salat, den setzen wir jetzt da noch in die Mitte. Und dann habe ich auch noch eine richtig tolle Deko gefunden, nämlich wilde Wicken. Und die schmecken nämlich auch nur noch Erbsen. Als Hauptspeise machen wir uns heute eine Rockenteigpizza. Da habe ich schon was besorgt, nämlich einen Tauernrockenmehl. Und dazu haben wir auch noch ein paar Stachelbeeren, ein bisschen Senkäs und natürlich ein richtig super Hirschschinken. Und aus dem machen wir uns diese Pizza. Und da starten wir jetzt gleich mal mit dem Teig. Da brauchen wir natürlich unseren Tauernrocken. Das geben wir uns in eine Schüssel. Dann geben wir unser Germ dazu. Die lösen wir dann auf mit ein bisschen lauwarmen Wasser. Dazu einen Schuss Olivenöl und ein bisschen Salz. Natürlich müssen wir den jetzt noch richtig ordentlich kneten. und dann gehen lassen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns dann um die Zutaten von der Pizza. Als erstes haben wir da jetzt unseren Hirschschinken. Der hat eine wunderbar rauchige Note. Das passt super zu unserer Pizza. Den werden wir uns jetzt in so kleine Streifel schneiden. Dann können wir den überall ordentlich verteilen auf der Pizza. Dann hat man noch unseren Senkäse. Der hat natürlich auch sehr, sehr intensive Note. Passt wunderbar drauf. Den reiben wir uns mit der Reibe ganz grob. Und zum Schluss brauchen wir dann natürlich auch noch unsere Stachelbeeren. Und die werden wir uns ein bisschen zuputzen und einfach halbieren. Die Stachelbeere. Sie gehört zu den Stachelbeergewächsen und stammt ursprünglich aus Asien. Mittlerweile ist sie aber in Mitteleuropa sehr, sehr beliebt und heimisch geworden. Die Stachelbeere. Die gibt es so in Gelb, Grün und in Rot. Die Stachelbeere hat einen erfrischend säuerlichen Geschmack und ist ganz beliebt für Torten, Kuchen, Marmeladen, Chutneys, als Kompott oder ein Mueslis. Sie hat Vitamin C enthalten und auch K. K ist für den Knochenstoffwechsel ganz wichtig und für unser Blut. Sie hat Vitamin B enthalten, das für ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper ganz wichtig ist. Sie hat Silizium enthalten. Das ist gut für unser Bindegewebe und somit gegen Besenreißer und Krampfadern. Aber auch zahlreiche Mineralstoffe, wie zum Beispiel das Kalium. Das ist für die Erregbarkeit der Muskeln und Nerven ganz wichtig. Zudem hat sie noch Schleimstoffe und Ballaststoffe, die gut für unsere Verdauung sind. Desto härter die Schale der Stachelbeere ist, desto weniger reif ist sie und dann ist sie auch nicht ganz so gut verträglich. Dann kriegen wir eher leicht einmal Bauchweh. Wenn sie unreif sind, dann verwendet man sie besser gekocht für Marmeladen oder Kompott. Die Früchte der Stachelbeere wirken blutreinigend und mineralisierend. Man kann aber auch die Blätter der Stachelbeere für einen Tee verwenden. Das wirkt handtreibend und stärkend für die Prostata des Mannes. Ja, unser Dauernrockenteig, der schaut jetzt schon richtig gut aus. Den werden wir jetzt dann ausrollen. Als erstes brauchen wir aber unbedingt für die Pizza ein vorgeheiztes Backrohr. Und da habe ich gleich einen Tipp für euch. Wenn ihr das Backrohr vorheizt, immer die Schnellaufheiztaste benutzen, weil das spart euch richtig Energie. So, jetzt als allererstes Teig ausrollen und dann geht es schon einmal in das, was am meisten Spaß macht, nämlich das Belegen. Und jetzt starten wir mit unserem Sauerrahmen und bestreichen einmal unseren Teig in der Mitte. Als zweites geben wir jetzt unseren Senkäse drauf, weil der kommt eigentlich unten drunter, weil wir wollen nämlich nicht, dass wir unseren guten Hirschschinken und die Stachelbeeren damit überdecken. Und zum Schluss jetzt noch unseren Hirschschinken und dann geht es schon ab ins Rohr. Unsere Pizza ist jetzt fertig, nach ungefähr 12 bis 15 Minuten. Und jetzt holen wir uns die da raus. Was mir so richtig gut gefällt, das ist, das hat ein bisschen Brotcharakter, also tolle Geschichte. Und jetzt brauchen wir nur noch finalisieren mit unseren Stachelbeeren und unserer Minze. Mega gute Kombination, das ist wirklich super gelungen, hat ein bisschen Brotcharakter, richtig spitze. So, und jetzt aber ab in den Lungau. Da fahren wir jetzt zu Christina Bauer, zur Meisterin der einfachen Rezepte. Und auf dem Weg dorthin werden wir uns noch ein paar Sachen besorgen, nämlich ein bisschen Getreide und eine Beeren-Sorte, weil wir müssen ja auch noch bei der Bettina unsere Challenge erfüllen. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ich habe gehört, bei euch gibt es ein richtig gutes Getreide. Ja, wir haben aus eigenem Anbau Dinkel und Nackthafer da. Was ist auf der Nackthafer? Ja, das ist ein komischer Name, gell? Nackthafer deswegen, das ist nämlich eine eigene Haferart. Da fällt das Korn schon außer beim Dreschen, weil sonst beim Hafer, der hat ja eine feste Hülle, ein Spelz rund um, den man dann erst mühevoll entfernen muss. Und bei dem fällt das schon gleich außer. Und das ist natürlich recht praktisch. Der Hafer gehört zu den Süßgräsern und ist Nahrungs- und Heilmittel zugleich. Er hat ganz wenig Gluten, daher ist er super verträglich. Er hat ganz viel Kieselsäure, mehr als alle anderen Heilpflanzen. Er enthält die Vitamine der B-Gruppe, ganz viele Mineralstoffe und essentielle Aminosäuren. 78% des Fettanteiles des Hafers sind ungesättigte Fettsäuren, das heißt ein besonders gutes Fett. Er wirkt super gegen Blasen, Nierenleiden, gegen Leberbeschwerden, aber auch bei Magen- und Verdauungsbeschwerden. Der Hafer senkt auch unseren Cholesterinspiegel. Die Ballaststoffe, die im Hafer enthalten sind, bilden beim Kochen an Schleim. Und das gleitet uns so schön die Darmschleimhaut aus und wirkt dadurch so gut verdaulich. Er regt uns die Knochenbildung an und ist gut für unser Blut, darum ist er eine super Speise für Kinder. Man kann auch ein Haferstrohbad machen, das ist super gegen Gicht, Rheuma oder auch bei Gelenksbeschwerden, wie ein Hexenschuss zum Beispiel. Man kann aus dem Hafer Hafer Schleim, Hafer Suppen oder eben den Haferbrei, diesen Porridge, zubereiten. Idealerweise hat der Hafer täglich in unserem Speiseplan am Platz. Dinkel baut sich auch selber an, oder? Ja, Dinkel bauen wir schon ganz lange an. Immer wieder die gleichen Sorten. Wir haben damals eigentlich unsere Ernährung umgestellt und haben gesagt, wir möchten eigentlich selber unser eigenes Kärntel haben, weil wir nichts gekriegt haben. Es hat noch nichts gegeben in der Gegend. Und dann hat mein Mann gesagt, dann bauen wir ihn selber an. Wie funktioniert das im Lungau mit dem Getreideanbau? Der Lungau ist eigentlich kein so richtiges Getreideanbaugebiet, das nicht, weil wir liegen so hoch, fast auf 1200 Meter und die Böden sind jetzt auch nicht so tiefgründig. Aber die Leute haben sich ja früher auch immer selber mit Getreide ernährt. Also es ist immer Getreide angebaut worden im Lungau. Der Dinkel ist erst seit wir jetzt angefangen haben. Der Dinkel gehört zu den Süßgräsern und gehört zu den Weizenarten. Neben Einkorn, Emmer und Gerste ist es ein Spelzgetreide. Das heißt, er hat eine Schützhülle, den Spelz und der muss für die Weiterverarbeitung erst einmal entfernt werden. Der Dinkel, der ist viele Jahre lang in Vergessenheit geraten, weil der Weizen viel ertragreicher ist. Aber er ist dann wieder mehr populär geworden, unter anderem auch durch die Hildegard-Medizin. Heute ist er ein ganz beliebtes Getreide bei uns geworden, weil er einfach auch sehr robust für den Anbau ist und sehr widerstandsfähig ist. Nämlich genau durch diesen Spelz wird er selten von Schädlingen, Pilzen oder auch von Umweltschäden befallen. Somit rückt die nicht so ertragreiche Ernte mehr und mehr in den Hintergrund. Der Dinkel enthält Zink, Eisen, B-Vitamine und Vitamin E, aber unzählige Aminosäuren und Mineralstoffe. Er hat unter anderem auch essentielle Aminosäuren und zwar das Tryptophan. Das ist für die Bildung des Serotonins verantwortlich, warum man dem Dinkel auch nachsagt, dass er stimmungsaufhellend wirkt. Dinkel hat auch ganz viele wertvolle Ballaststoffe. Und wenn ich mehr von Dinkel oder von Ballaststoffen esse, dann soll ich meinen Flüssigkeitszufuhr in jeden Fall um mindestens 20% erhöhen, dass das in meinem Darm schön quellen kann. Dinkel hat ein anderes Eiweißmolekül als der Weizen, dadurch ist er verträglicher. Allerdings, wenn man Glutenunverträglichkeit hat, hat er von diesem Klevereiweiß mehr wie der Weizen und dann soll man eher die Finger davon lassen. Generell fördert er unsere Konzentration, fördert unsere Leistungsfähigkeit und stimuliert unser Immunsystem. Der Dinkel wirkt auch gegen Blutdruckanomalien. Das heißt, wenn ihr einen zu hohen Blutdruck habt oder auch einen zu niedrigen, wirkt er da ausgleichend. Wenn der Dinkel ganz früh geerntet wird, dann ist das der Grünkern. Da ist die Stärke nun nicht so ausgereift und dadurch ist der Grünkern noch eher weich. Er wird getrocknet, damit er mahlfähig gemacht werden kann. Der Dinkel kann gemahlen, gekocht oder gekeimt verwendet werden und ist eine ideale Ergänzung für unsere oft sehr weizenlastige Ernährung. Der Dinkel hat eine sehr gute Backfähigkeit und ist auch geschmacklich, hat einen sehr guten Geschmack. Wir haben auch andere alte Getreidesorten, also wir probieren immer wieder Sachen aus, ob das auch bei uns wird, weil wir es eben auch selber verwenden und uns das wirklich viel Spaß macht. Okay, da habe ich jetzt noch etwas gesehen. Aronia-Beeren. Das klingt auch interessant. Ja, die Aronia-Beere ist ganz etwas Neues in Österreich. Die gibt es erst seit 20 Jahren. Wir bauen sie jetzt seit 8 Jahren an. Und da habe ich auch getrocknete Beeren für dich zum Kosten. Den brauche ich jetzt gleich einmal. Ja, die sind natürlich jetzt keine Rosinen, die sind Kerb, die sind zusammenziehend im Mund. Aber eben die Aronia-Beere ist wirklich ganz etwas Gesundes und wird sehr, sehr geschätzt. Darfst du dich auch selber anbauen, oder? Die machen wir auch selber. Seit 8 Jahren haben wir unsere Kulturen angefangen. Und mittlerweile haben wir jetzt 8 Hektar Kulturen. Und da machen wir eben alles selber. Wir haben die selber gepflanzt, wir haben sie selber gejettet, was ziemlich viel Arbeit war, weil als Biobauer darf man ja doch kein Gift spritzen. Und jetzt sind sie groß genug. Das hast du wahrscheinlich noch nirgendwo gesehen. Die sind so rein und haben eine große Kultur. Und wenn du willst, können wir es uns anschauen. Das ist eine gute Idee. Schauen wir mal, oder? Was ist denn jetzt das Spezielle an den Aronia-Beeren? Ja, die Aronia-Beeren, das ist einfach eine Gesundheitsbeere. Und zwar deswegen, weil sie so schwarze Farbstoffe drin hat, so starke. Und die wirken auf den Körper so gut. Also in verschiedenster Hinsicht. Wenn sie rot sind, dann werden sie halt ganz schwarz noch. Okay. Die sind richtig groß, oder? Die werden nur fast doppelt so groß. Ja, Wahnsinn. Die Aronia-Beere gehört zu den Rosengewächsen. Genauso wie der Apfel. Deswegen wird sie auch ganz gern schwarze Apfelbeere genannt. Wenn man die Aronia-Beere in der Mitte auseinanderschneidet, dann hat sie innen genauso wie der Apfel ein ganz kleines Kerngehäuse. Die Aronia-Beere stammt ursprünglich aus den Wäldern Kanadas. Aber durch ihre Robustheit ist sie auch in Mitteleuropa total beliebt worden. Früher ist sie eher als Färbemittel verwendet worden. Und heute ist sie ein ganz beliebtes Lebensmittel. Sie wird pulverisiert, ist in Fruchtriegeln, ist in Säften enthalten, in Marmelade oder auch in Kompott. Die Aronia-Beere hat sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Und zwar die Anthuziane und Polyphenole. Die sind für die schwarz-rote Färbung verantwortlich. Und haben eine ganz gesundheitsförderliche Wirkung für uns. Und vor allem auf unsere Zelle wirken sie gegen oxidativen Stress. Der macht sie breit, wenn wir ganz viel Belastungen haben, wenn wir einen stressigen Alltag haben oder auch die Sonneneinstrahlung. Und da helfen uns die sekundären Pflanzenstoffe und schützen unsere Zelle. Sie wirkt auch wie ein Venenputzer. Sie fördert die Durchblutung und regt uns unseren Kreislauf an. Sie senkt auch den Cholesterinspiegel. Sie enthält Vitamin C, E, Zink und Eisen, was auch wiederum super gegen Arterienverkalkung hilft. Jeden Tag ein Gläschen Aronia-Beeren-Saft oder ein paar Beeren gekaut, stärken unsere Selbstheilungskräfte und sind ein richtiger Beauty-Booster. Und wie ist das da mit dem Anbau so bei Eichem Lunga? Also sie geht ein gut, weil die Pflanze eigentlich ja sehr kälteresistent ist und für ein kühles Klima gut geeignet ist. Und wir haben auch den Vorteil, dass wir ja, weil wir so hoch liegen, auf fast 1200 Meter, dass wir eine sehr intensive Sonnenentstrahlung haben. Und das ist natürlich gut für die Beere, für die Reifung der Beere. Und außerdem diese Temperaturunterschiede, die es bei uns gibt. Also in der Nacht ist es ziemlich kalt, bei Tag doch heiß. Das bewirkt dann eine Farbintensität noch zusätzlich. Ah, okay. Und was macht ihr es genau aus der Aronia-Beeren jetzt? Also hauptsächlich Saft natürlich, aber auch getrocknete Beeren, Pulver, Aronia-Pulver und verschiedene Tees. Das klingt super. Ich werde jetzt meine getrockneten Beeren schnappen und das Getreide und dann fahre ich zur Bloggerin Christina Bauer und da werden wir uns einmal gleich ins Dessert einbauen. Hallo Christina, grüß dich. Hallo, grüß dich. Du, ich komme gerade vom Zehnerhof. Schau, ich habe unseren Alpendinkel mitgebracht, eine Haferflocken und dann noch eine Aronia-Beeren. Oh, da hast du ja was Gutes ausgesucht. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt alles, was wir brauchen, gell? Ja, da haben wir alles, was wir brauchen und da werden wir jetzt ein ganz schnelles und einfaches Cookie-Rezept machen. Sehr cool. Ja, gefällt mir, dass ich heute einmal bei dir sein darf, dass wir sie einmal kennenlernen. Ja, es gefällt mir. Wie bist du eigentlich gekommen zu der Geschichte mit deinem Blog, Christina und Backen und die ganze Sache? Wie ist das passiert? Es ist einfach ungeplanterweise passiert. Also ich habe einfach immer schon gern bochen und habe dann angefangen, für unsere Gäste da im Haus ein Frühstücksgepäck zu machen. Also es war so eine Idee, die einfach passiert ist. Und das hat sich dann irgendwo umgekriegt und dann sind Leute gekommen und gefragt, du, wie machst du das? Ich habe mir gedacht, ich kann selber Semmel machen und aus der einen Semmel hat sich dann alles andere ergeben. Mir war halt immer wichtig, dass man mir aus eben regionale Zutaten auch etwas Besonderes machen kann. Das ist einfach das, was ich die Leute umbringen möchte, dass sie sehen, ich brauche gar nicht weit wohin fahren und ich habe Zutaten, die habe ich eigentlich sowieso im Kühlschrank daheim und mit denen kann ich so viele verschiedene Sachen machen. Ja und dein Blog Backen mit Christina ist ja richtig groß geworden mittlerweile. Wie geht es dir jetzt damit? Ja, daraus hat sich eigentlich etwas entwickelt, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Wir sind mittlerweile 14 Leute. Wir haben jetzt ein neues Firmengebäude, in dem wir alles zusammenfassen können. Wir haben von dort aus passierte Versand für unseren Online-Shop. Wir haben dort einen eigenen Shop und eben die Büros für meine Mitarbeiterinnen und wir haben eine eigene Küche eben zum Videos machen. Und die Nachhaltigkeit war uns eben bei dem ganzen Projekt auch sehr wichtig. Daher haben wir auch eine Photovoltaikanlage am Tag und wir haben vorgesorgt für Elektromobilität, weil ohne Strom geht beim Bocken nichts und das tue ich nach wie vor so gern. Ja, das ist das einmal schon beim Thema. Genau. Die Cookies, wie funktionieren denn die jetzt genau? Das Cookie-Rezept, das ich heute ausgesucht habe, das ist ganz was Flexibles. Man kann es auch leicht abwandeln. Darum passen die Aroniabären auch super dazu. Ja, wir werden jetzt zuerst einmal die Butter zugehen lassen. Da kommt dann die Haferflocke dazu und der Honig. Das rösten wir dann ganz kurz an. Welchen Grund hat das, dass du die Haferflocken anröstest? Dadurch ergibt es einfach ein bisschen besseres Aroma und ein bisschen knuspriger wird es dann dadurch. Klingt gut. Und jetzt lassen wir das auskühlen und dann dabei den Dinkel vermahlen. Und dann machen wir einfach aus dem Almen, also aus dem Dinkel, aus dieser Haferflocken-Mischung, aus einem Eierl, Bockpulver und Zimt einen Teig. Die Aroniabären, die dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, die müssen wir noch einladen. Genau, die tun wir jetzt noch dazu. Wieviel brauchen wir da? So eine kleine Handvoll, dass wir mal reinrieseln. Ich gebe es auch noch einladen, du sagst einfach, wenn wir stoppen, oder? Passt, oder? Schauen wir mal. Ah, ein paar noch, oder? Ich bin noch nicht fruchtig. Passt gut. So, jetzt formen wir mal Kugeln. Du kannst gleich mitmachen. Zwieg, ja. Einfach Kugeln, ein bisschen flachdrucken, oder? Einfach Kugeln, ein bisschen flachdrucken und ab aufs Blech damit. Im Bockhofen gängen sie dann ein bisschen auseinander. Also dürfen wir nicht zu nahe zusammen, oder? Ja, ein bisschen auseinander. Passt, ist schon gut. Passt und dann ab ins Rohr damit. Ich bin schon gespannt. So, nach 10 bis 12 Minuten sind sie schon fertig. Oh, die schauen gut aus. Die verkostet man jetzt gleich. Der nimmt jetzt gleich eins, gell? Tönen wir mal. Mh, mei, sind richtig gut. Schmeckt super. Muss ich auch einen kosten? Natürlich. Sehr gut. Und schauen wir uns jetzt aber gleich an, was die Bediener zu unserem Menü sagt. Die Aronia-Beeren sind ja echt eine super Idee von dir gewesen. Du hast es echt geschafft, dass du jede Beere in eins deiner Gerichte eingebaut hast. Und die Pizza so zubereitet, ist eigentlich ein richtig vollwertiges Gericht. Die Hafer- und Aronia-Cookies, ein einfaches und wirklich leicht nachzumachendes Rezept. Das werde ich bestimmt ganz bald mal ausprobieren. Ja, also ich glaube, die sind uns richtig gut gelungen. Und Bettina, wenn uns nach unserer Noscherei auch überbleiben, dann nehme ich da viel leichter mit. Guck es gut, alles gut. Wir lassen es dir jetzt noch schmecken. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne da klicken. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. OW Alonso erschießt.